Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs steigern. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Steigert, steigerte, hat gesteigert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich steigere. Du steigerst. Er steigert. Wir steigern. Ihr steigert. Sie steigern. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich steigerte. Du steigertest. Er steigerte. Wir steigerten. Ihr steigertet. Sie steigerten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gesteigert. Du hast gesteigert. Er hat gesteigert. Wir haben gesteigert. Ihr habt gesteigert. Sie haben gesteigert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich steigertet. Ich steigere. Du steigerst. Ich steigere. Wir steigern. Ihr steigert. Sie steigern. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich steigerte. Du steigertest. Er steigerte. Wir steigerten. Ihr steigertet. Sie steigerten. Den Schluss macht der Imperativ. Steigere du. Steigern wir. Steigert ihr. Steigern sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb steigern. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Steigert.